Es war ein idealer Tag, um auf dem Wasser zu schippern. Jeder, der ein Boot hatte, oder auch keins, trieb auf dem Fluss. Coco staunte. Noch nie im Leben hatte er so einen Haufen Boote gesehen. Aber plötzlich entdeckte er etwas vollkommen Neues. Etwas ganz Besonderes. Bootfahrende Autos. Oh ja, dieses Schiff ist eine Fähre. Sie bringt Menschen und Fahrzeuge über den Fluss. Coco war verrückt nach Autos. Und Autos und Boote zusammen? Das war wie Schlagsahne und Eis zusammen. Ahoi Leute, willkommen zu unserer jährlichen Modellbootschau. Große Preise für kleine Schiffe. Coco! Komm schnell her! Na, wie findest du mein altes Mädchen? Das ist Matrosensprache, weißt du? Ich wette, ein Großstadtkind wie du hat das noch nie gehört. Ah! Ist das deins, Bill? Ja, genau. Kompliment, ich finde es ziemlich beeindruckend. Du auch, Coco? Na ja, danke schön. Aber wenn Sie erst mal Herrn Quints Wahlfangboot sehen würden, das ist vielleicht eine Wucht. Zieht die Netze ein, Männer-Ei-Ei-Kapitän. Und da drüben ist Frau Rennkinds mit ihrer Arche. Da, schaut mal, was es noch für Wahnsinnsmodelle gibt. Mein lieber Freund, ist das eine Konkurrenz dieses Jahr? Ach komm, keine falsche Bescheidenheit, Bill. Dein Segelboot kann doch locker mithalten, glaub mir. Viel Glück! Aber natürlich kannst du bei Bill bleiben, Coco. Dann weiß ich, wo ich dich jederzeit finde. Na, dann gehe ich schon mal auf die Tribüne, sichere uns gute Plätze und sehe mir die Konkurrenz mal genauer an. Das wäre echt ein Traum, wenn ich einen Preis bekomme. Weißt du, wie teuer das Modell war? Ich habe wochenlang mein Geld als Zeitungsjunge gespart. Oh, die Zeitungen, die habe ich total vergessen. Tu mir einen Riesengefallen und pass so lange auf mein Boot auf, okay? Bin gleich wieder da. Coco wusste, dass das eine große Ehre war. Es gab zwar viele schöne Boote im Wasser, aber das Tollste von allen war nicht dabei. Nämlich eine Fähre. Ob er eine bauen könnte? Kapitän einer Fähre zu sein, war schon immer Cocos großer Traum. Seit er zum ersten Mal davon gehört hatte. Also, seit gerade eben. So ein Glück. Das Boot sieht unversehrt aus. Irgendetwas stimmt hier nicht. Na, Coco, alles klar? Hey, sieh mal, das ist der Rest. Die muss ich noch austragen. Danke fürs Aufpassen, du bist der Beste. Coco wusste nicht, was er falsch machte. Das Boot sah doch bestens aus. Aber eins war ihm klar. Oh nein! Mit dem Boot konnte sein Freund auf keinen Fall antreten. Da half nur, ein neues zu bauen. Und zwar schnell. Das Problem war nur, er hatte keinen Schimmer wie. Ah, das Klopfen kenne ich doch. Kommt rein, ihr zwei. Meine Güte, was ist das denn? Mein Hobby. An kniffligen Dingen zu arbeiten entspannt mich. Hast du jemals in deinem Leben eine schönere Uhr gesehen, Coco? Äh... Na, dann passt mal auf, was sie zur vollen Stunde kann. Und wie findet ihr das? Wirklich sehr beeindruckend. Schön, dass sie dir gefällt, Coco. Oh, wir müssen los. Wie es aussieht, fängt die Raketenschau gleich an. Na, willst du uns vielleicht begleiten? Oder bewachst du lieber meine Uhr? Uh, hehehe. Verstehe. Wenn es Frau Professor Weisheit recht ist, habe ich auch nichts dagegen. Und wenn du die kleinen Leute noch mal sehen willst, dreh den großen Zeiger einfach einmal im Kreis auf die Zwölf. Uh, hehehe. Viel Spaß. Wie lange schrauben sie denn schon an der Uhr herum? Ach, erst drei Jahre. Ah, so ist das. Äh, einen Moment, ich komme gleich nach. Also, Coco, sei ein braver, kleiner Affe. Genau das meine ich. Coco wartete ungeduldig auf die kleinen Leute. War das nicht Kokos Freundin Kompass? Die verwirrte Brieftaube? Denn während alle anderen Brieftauben sich ordentlich auf der Statue versammelten, wusste sie nicht richtig, wohin. Na klar, das war Kompass. Coco freute sich riesig, seine Freundin die Taube zu sehen. Und Kompass freute sich riesig, ihren Freund, den, äh, Was war Coco noch mal? Egal. Nun wollte Coco seiner Freundin zeigen, was Frau Professor Weisheits urtolles konnte. Aber der große Zeiger musste unbedingt dran sein, wenn man die kleinen Leute sehen wollte. Irgendwo hier drin mussten sie sein. Da fiel es Coco wieder ein. Das Werkzeug. Der Kerl war unsartig. Yo, wo noch was. Ah! Oh! Ah! 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 Wenn man etwas auseinander nimmt, sollte man sich allerdings lieber merken, wie man es wieder zusammenbaut. Es war der ideale Tag, um einfach nur durch die Straßen zu bummeln und zu schnuppern. Und genau das tat Koko. Seine Nase führte ihn zu den herrlichsten Düften. Und so erreichte er den Affen-Nasenhimmel. Hallo Koko, komm mit, hier hinten riecht es noch viel besser. Wie war es möglich, dass aus all diesen geruchlosen Zutaten so herrlich duftende Donuts werden konnten? War da etwa Zauberei im Spiel, eine Art süße Magie? Aber plötzlich lenken ihn seine Ohren von der Nase ab. Seine Freundin Noggi kämpfte, was das Zeug hielt, mit ihrem stärksten Feind. Einer seidenblauen Niedlichschleife Größe XXL. Koko verstand keine Katzensprache, aber er hörte ihr höflich zu. Noggi war überglücklich, nicht mehr niedlich aussehen zu müssen und ernannte ihren Freund offiziell zum Katzenheld. Fast hätte Koko vergessen, dass er heute schnuppermäßig unterwegs war, als Appetitos Küche seine Nase neugierig machte. Appetitos Küche war wie ein Nasenzirkus. Joki, Mio Gatto, süßes Kätzchen. Du hast ein hübsches Seitenschleifchen verloren, Mama Mia, meine Ballerina, Mio. Jetzt siehst du wieder niedlich aus. Herzlich willkommen, Koko. Wie geht es deinem Freund, dem Mann mit dem gelben Hut? Ich kann nicht mit dir spielen. Ich koche ein wichtiges Essen für die große Restaurantkritikerin Sally Costo. Dort, wo diese Frau Sterne verteilt, da läuft das Geschäft. Darum ist es sehr wichtig, dass alles perfekto ist. Sie hat einen sehr exquisiten Geschmack. Sie sagten, es gebe frisches Brot. Und wieso sehe ich kein frisches Brot? Ihr Geschmack ist fein und delikat, aber Ihre Stimme ist das Gegenteil. So ein hartes Ding nennt sich also Spaghetti. Brauch nach gar nichts. Koko wollte sich Ersatz besorgen. Appetito hatte eine Riesenpackung in den Topf geworfen. Es roch nach überhaupt nichts. Aber der Dampf, der seine Nase berührte, war sehr heiß. Koko musste vorsichtig sein. Die Dinger hatten sich völlig verändert. Vielleicht, vielleicht wurde nicht nur bei den Donut-Bäckern gezaubert. Vielleicht ging es in allen Küchen magisch zu. Dieser Zaubertopf jedenfalls verwandelte feste Stäbchen in schlabbrige Stäbchen. Das verlangte nach mehr Schlabberzauber. Wie wär's mit einem Schlabberei? Könnte komisch sein. Auch ein guter Kandidat für ein Schlabber-Experiment. Auch ein guter Kandidat für ein Schlabber-Experiment. Oh nein, ich bin nicht korrekt angezogen. Ein Paket für Sie. Ich hab's gleich hochgebracht. Darauf hab ich schon gewartet. Ich kaufe und verkaufe signierte Bälle. Die sind sehr wertvoll. Dieser hier ist von Fredy Freistoß. Heute kommen noch mehr Bälle an. Ein ganzer Haufen kostbare Sammlerstücke. Keine Sorge. Hector und ich werden ihn die Bälle bringen. Und ich laufe ohne Uniform herum. Die Uniform eines Portiers ist genauso wichtig wie seine Tür. Was ist los, Hector? Oh, pass auf. Die ist voller... Oh nein, das ist mein letztes sauberes Hemd. Die Uniform eines Portiers muss tipptopp sein. Ich muss sofort zur Reinigung. Ich bin gleich wieder da. Du hältst die Stellung, Hector. Hector wusste, was jetzt das Wichtigste war. Nämlich Koko im Auge behalten. Koko hatte gar nicht gewusst, wie gut ihm die Uniform des Portiers gefiel. Noch nie hatte jemand vor Hector salutiert. Er muss wohl außergewöhnlich gute Arbeit geleistet haben. Die Uniform eines Portiers ist genauso wichtig wie seine Tür. Hector musste dem Affen die Uniform abnehmen. Aber er durfte auch seine Arbeit nicht vernachlässigen. Wie ich sehe, hast du einen neuen Kollegen, Hector. Ihr seid zwei hübsche Kerlchen. Ich habe es sehr eilig. Wie schnell können Sie einen Ölfleck entfernen? Einen Ölfleck ungefähr dieser Größe? Nein, ein Ölfleck von genau dieser Größe. Ich meine genau diesen Ölfleck. Tja, das weiß ich immer erst, wenn ich anfange. Dann fangen Sie an. Ich kann warten, denn ich weiß, dass Hector in der Eingangshalle für Ordnung sorgt. Hector versuchte Koko, den Mantel abzunehmen. Und dabei fand er heraus, dass Koko kitzlig war. Ich habe was für Sie. Hector wollte nicht, dass die Leute glaubten, der Portier seines Hauses sei ein Affe. Koko wollte das Paket das ihm am besten gefiel auspacken. Die Ordnung musste wieder hergestellt werden. So durfte seine Eingangshalle nicht aussehen. Hector versuchte, Koko klarzumachen, dass diese Pakete nicht für ihn seien. Aber Koko dachte, der Dackel wollte mit ihm spielen. Da er ein Hund war, hatte Hector schon viele Tennisbälle im Maul gehabt. Aber wonach schmeckten die denn? Nach Tinte? Das waren die wertvollen Bälle, auf die der Portier aufpassen sollte. Hector konnte Koko nicht daran hindern, die Pakete zu öffnen, weil er dachte, sie gehörten ihm. Aber er war kein schlechter Verteidiger. Hector schreit Was Koko am Spiegelsee besonders mochte, war, dass er sich nie allein fühlte. Denn auch wenn er die anderen Tiere nicht sehen konnte, So wusste er doch, dass sie da waren. Koko, hallo! Hilfst du mir bitte mal? Ich bereite nämlich eine Ausstellung vor für den Verein Freunde der Natur. Aber die Baby-Eidechse, die ich gerade noch hatte, ist auf einmal verschwunden. Na sowas, danke! War es schön am See? Wirklich? All diese Tiere hast du dort gesehen? Du hast sie nur gehört. Hey, Tiergeräusche machen sich bestimmt toll in der Ausstellung. Willst du mir damit helfen? Also pass auf, du musst nur das Mikrofon an das Geräusch halten, bis du es im Kopfhörer laut und deutlich hören kannst. Und dann drückst du den roten Knopf und nimmst es auf. Merke dir eins, je näher du dem Tier kommst, desto besser kannst du es hören. Aber geh nicht zu nah heran! Das war doch ein Kinderspiel für einen schlauen Affen. Er brauchte nur den Geräuschen zu folgen, bis... Er entdeckte einen Specht. Und war da nicht ein zweiter? Geräusche waren nicht so einfach zuzuordnen. Koko sammelte Bilder zu allen Geräuschen, die er draußen gehört hatte. Aber da war doch ein ganz neues Geräusch. Hier drin! Koko wusste genau, wie er Geräuschen folgen musste. Aber dieses Geräusch war anders. Es wurde erst lauter... Dann weiser... Und dann war es plötzlich wieder weit entfernt. Koko brauchte einen Experten. 151, 152... Moment! Hallo Koko, warte bitte, ich muss erst die Falter zu Ende zählen. Na schön, ich komme schon. Aha! Oh, das ist doch nur der Rauchmelder, Koko. Er braucht neue Batterien. Koko war aber nicht sicher, ob das wirklich das Geräusch war, das er gehört hatte. Und nun zurück zu den Faltern. Da war es wieder. Und der Rauchmelder war es nicht. Aha! Aber mit Sicherheit war es hier irgendwo. Und er wusste, er würde es finden. Natürlich, es musste aus dem Fenster entwischt sein. Erst war es laut, dann leise, dann hier und dann weg. Koko zählte an diesem Vormittag jede Minute. Er konnte es kaum erwarten. Denn heute war Hundeschau. Freust du dich, dass wir endlich mal zu einer Hundeschau gehen? Eine Hundeschau. Hunde, die Kunststücke vorführen, wie in einer Show. So stellte Koko sich das vor. Das wird bestimmt Frau Professor Weisheit sein. Kannst du ihr aufmachen? Oh. Ich bin's, Frau Professor Weisheit. Hallo, Koko. Na, bist du soweit? Was für eine Frage. Ich habe ihn noch nie so aufgeregt erlebt. Ich kann nicht mit. Hast du das vergessen? Ich muss den ganzen Tag Rechnungen schreiben. Oh. Bis dann. Viel Spaß, ihr beiden. Und, äh, Koko. Oh. Sei ein braves kleines Äffchen. Ja, genau. Und mach bitte die Tür zu. Koko wurde immer aufgeregter. Bis die Vorstellung endlich losging. Und da begriff Koko, dass in einer Hundeschau Hunde keine Kunststücke vorführten, Sondern Leute ihre Hunde vorführten. Und von da an passte Koko nicht mehr wirklich auf. Hat es dir gefallen, Koko? Es gibt so viele verschiedene Hunderassen. Faszinierend. Willst du die Sieger mal aus der Nähe sehen? Au. Da erlebte Koko eine große Überraschung. Denn als er sich die Hunde genauer anschaute. Die Großen. Die Kleinen. Und die unglaublich Haarigen. Gefiel ihm die Hundeschau auf einmal viel besser. Hast du in deinem Leben schon einmal so viele verschiedene Hunde gesehen? Ich verstehe. Es sieht aus, als hättet ihr viel Spaß gehabt. Ich hoffe, er hat Ihnen keinen Ärger gemacht. Aber nein, er war wirklich sehr lieb. Was für eine Überraschung. Das freut mich aber zu hören. Also dann, ich muss jetzt los. Wir sehen uns morgen. Vielen Dank nochmal. Wiedersehen. So, die Hundeschau hat dir also gefallen, hm? Koko wollte dem Mann mit dem gelben Hut alles über die einzigartigen Hunde erzählen, die er gesehen hatte. Aber er konnte sich nur an drei erinnern. Mach doch nichts. Du erzählst es mir später. Oh, könntest du mir einen Gefallen tun und diese Briefe hier einstecken? Da liegt ein Brot für dich, falls dein Magen knurrt. Und wenn ich fertig bin, will ich alles über jeden einzelnen Hund hören. Koko machte sich Sorgen, dass er seinem Freund nicht viel mehr erzählen konnte, denn... Wie sehr er sich auch anstrengte. Er konnte sich nur an drei erinnern. Es war ein wunderschöner Tag, um den Spiegelsee zu erkunden. Bill meinte sogar, es sei ein bildschöner Tag. Weißt du, Koko, um Naturfotograf zu sein, braucht man Geschick, Geduld und Ausdauer für den richtigen Moment. Denk daran, Koko. Wenn du über einen Baumstamm balancierst, musst du vorsichtig ein Fuß vor den anderen setzen, damit du nicht das Gleichgewicht verlierst. Das sind Kaulquappen. Diese kleinen Tiere leben oft in einem See. Ich wette, ein Stadtkind wie du sieht selten Tiere in freier Wildbahn. Hab ich recht? Hey, warum nehmen wir nicht einfach ein paar mit? Dann können wir beobachten, wie sie wachsen. Um Kaulquappen zu fangen, musst du geschickt mit dem Kescher sein und dein größeres Glas bereithalten. Hey, Koko. Wie fändest du es, wenn du dich in nächster Zeit um sie kümmerst? Haha. Haha. Schmecken ihnen die Salatblätter, die ich für sie mitgebracht hab? Haha. Also denk daran, pass richtig gut auf sie auf für mich. Dann wirst du eine Überraschung erleben. Sie machen erstaunliche Dinge, während sie groß werden. Hahaha. Lass sie einfach in dem Glas schwimmen. Dann geht es ihnen am besten. Und so wurde Koko an diesem wundervollen, sonnigen Tag der stolze Betreuer eines Glases voller Kaulquappen. Haha. Koko fand das Glas für die Kaulquappen zu klein. Sie hatten ein Recht, sich ordentlich auszustrecken. Und er fand, dass ihnen eine Runde Schwimmen im See sicher gut tun würde, während er ihnen Mittagessen besorgte. Koko. Koko. Wie... Koko. Koko. Wo konnten die Kaulquappen nur hin sein? Und was sollte er Bill erzählen? Hallo Coco. Zu tauchen und die Welt unter Wasser zu sehen ist sehr interessant. Ach, was ich noch wissen wollte. Wie geht es unseren Kaulquappen? Ich tauche noch ein bisschen. Wir müssen zurück in die Stadt, Coco. Coco hoffte wirklich, dass die Kaulquappen zurechtkommen. Ganz ohne ein Äffchen, das sie fütterte und beschützte. Coco! Sieh mal! Meine Raupe hat sich verpuppt. Ich wette, so etwas bekommt ein Stadtkind wie du nicht aufzusehen. Hey, haben die Kaulquappen schon irgendwas Besonderes gemacht? Wochen vergingen, bevor Coco endlich an den Spiegelsee zurückkam. Und er konnte die Kaulquappen immer noch nicht finden. Aber irgendwo hier mussten sie doch sein. Es sei denn... Wenn es auf dem Land regnete, pflegte der Mann mit dem gelben Hut immer zu sagen, das ist das beste Wetter für Enten. Aber wenn es aufhörte zu regnen, war es das beste Wetter für Äffchen. Matsch, der sich anhörte wie eine Ente, wenn man mit den Zehen spielte. War das Entenmatsch? Aber dieses Quaken macht nicht Kokos Zehen. Er hatte Entenmatsch, der von selbst quakte, entdeckt. Na gut, es war wohl doch kein Entenquakmatsch. Die Enten quakten wirklich. Vergnügte Tümpelenten. Siehst du, Coco, habe ich dir nicht gesagt, heute ist Entenwetter? Jetzt bist du beschäftigt, Coco. Viel Spaß! Hopsi, dem Eichhörnchen fielen plötzlich zwei Dinge auf. Es regnete nicht mehr. Und diese Ente mit dem brauen Fell kam ihm bekannt vor. Normalerweise flitzte Hopsi vor unbekannten Dingen schnell davon. Und das schüchterne Entchen macht es genauso. Vielleicht waren sie deshalb von der ersten Minute an gute Freunde. Koko spielte den ganzen Tag am Tümpel. Und nachts träumte er sogar von Enten. Ich wusste immer, dass du eines Tages eine Ente sein würdest. Hab einen schönen Flug! Seit Ewigkeiten fragen sich Menschen, wovon Eichhörnchen wohl träumen. Am nächsten Morgen rannte Coco sofort wieder zu den Tümpelenten. Aber irgendetwas stimmte nicht. Der Tümpel sah kleiner aus. Viel kleiner. Koko! Koko! Du hast recht, der Tümpel ist heute viel kleiner. Na ja, das Wasser versickert in der Erde. Es bleibt nicht für immer. Enten fliegen dorthin, wo es viel Wasser gibt. Und wenn das Wasser nicht mehr da ist, ziehen sie weiter. Tja, so ist das Entenleben. Willst du mitkommen und mir bei den Rennkins helfen? Oder möchtest du lieber noch mit den Enten spielen? Na gut, wir sehen uns nachher. Bis dann! So wie das Wasser verschwand, verschwanden auch die Enten. Und Coco konnte gar nichts dagegen tun. Für einen ausgezeichneten Wachhund wie Hector war ein kleines, friedliches Schläfchen eine echte Wohltat. Da aber ein neugieriges Äffchen in seinem Haus wohnte, musste er trotzdem stets wachsam sein, unmöglichen Schaden zu verhindern. Hallo, guten Morgen! Haben Sie heute etwas Schönes vor? Nicht direkt, ich muss zum Arzt zu einer Routineuntersuchung. Guten Tag, Sie sind pünktlich wie immer. Wo haben Sie denn Ihren Kleinen? Hallo, Coco. Wie geht's dir? Nehmen Sie bitte Platz. Ich ruf Sie, wenn der Doktor soweit ist. Coco wusste, das Allerwichtigste, was man im Wartezimmer brauchte, war Geduld. Da, ein geheimnisvolles Geräusch. Coco lauschte so still, wie er konnte. Sie sind der nächste, Dr. Becker, es soweit. Oh, wie schön. Komm, Coco, wir sind dran, wir müssen nicht länger warten. Dieses Niesen war so laut, dass er sein geheimnisvolles Geräusch nicht mehr hören konnte. Ich warte immer noch auf Dr. Wohltat. Bitte haben Sie noch einen kleinen Augenblick Geduld. Verzeihung, ist Dr. Wohltat auch noch nicht bei Ihnen gewesen? Nein, bisher noch nicht. Wo steckt er denn? Er wird gleich bei Ihnen sein. Warten Sie etwa auch noch auf Dr. Wohltat? Er wird bestimmt gleich kommen. Hallo, Doktor. Erinnern Sie sich noch an Coco? Aber natürlich. Bevor ich ihn kannte, wusste ich nicht, dass die Röntgenmaschine durchs Fenster passt. Dr. Becker, haben Sie Dr. Wohltat gesehen? Seine Patienten warten auf ihn. Nein, habe ich nicht. Sehen Sie mal im Röntgenzimmer nach. Und Sie machen bitte Ihren Oberkörper frei, damit ich Sie untersuchen kann. Ja, natürlich, Doktor. Coco wäre auch gern ein Arzt. Dr. Becker schien ihm sehr schlau zu sein. Und er durfte einen schicken weißen Kittel tragen. Also gut, legen wir los. Stellen Sie sich bitte auf die Waage. Oh, hoppla, Sie haben zugenommen. Sie sollten vielleicht auf ein paar süße Sachen verzichten. Was? Ich esse höchstens einen Donut in der Woche und ich laufe Marathon. Das ist absolut unmöglich. Jetzt ist das Gewicht wie im letzten Jahr. Und damit teste ich seine Reflexe, Coco. Klopfen Sie nicht ein bisschen viel? Mein Knie fängt an, weh zu tun. Oh, Entschuldigung. Ich habe so selten Gelegenheit, mit einem Äffchen zu spielen. Dr. Wohltat, sind Sie hier? Und nun bitte ganz tief einatmen. Was ich da höre, gefällt mir gar nicht. Nein, ähm, ich glaube, sehen Sie doch mal, Coco. Hoppla. Weißt du, was ein Stethoskop ist, Coco? Damit höre ich solche Dinge, die ich nicht sehen kann. Das sind meine Herzschläge. Hier, du darfst damit spielen. Wir gehen kurz ins Röntgenzimmer. Manchmal entdeckt ein kleines Äffchen etwas Neues, das interessanter ist als alles andere auf der Welt. Für Coco war es das Panda-Baby, das auf der Website des Zoos zu beobachten war. Ähm, Coco, wirst du noch lange brauchen? Ich habe hier eine wichtige Arbeit zu erledigen und du sitzt schon den ganzen Tag am Computern. Oh, verstehe, du siehst dir den Panda an. Interessant, was? Hey, weißt du, diese Bilder kommen aus dem Zoo direkt unten an der Straße. Ja, du kannst dort hingehen und dir den Panda in echt ansehen, im neuen Panda-Gehege. Aha! Viel Spaß, sei ein braves Äffchen! Coco konnte nur noch an das eine denken. Panda-Baby 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 Guck mal, Mami, Flamingos! Coco wollte nicht den falschen Weg einschlagen und kostbare Panda-Zeit verlieren. Aber wie sollte er sich entscheiden? Eine schöne Karte. Er beschloss, sie mitzunehmen. Mit den Bildern würde er schnell sein Ziel finden. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Er hatte die Pandas gefunden. Die Karte hatte ihm wirklich geholfen. Das war viel besser als die Bilder im Computer. Koko hätte dem Panda-Baby stundenlang zuschauen können. Und das machte er auch. Bis er das Gefühl bekam, das kleine Baby würde gar nicht mehr an die Blätter herankommen. Noch jemand hier? Dann kann ich ja wohl schließen. Ich muss vor allem den Weg gehen. Oh! Um, ja, um! Oh, ja! Das war mir wirklich für's und auch Teufl! Ich habe ein paar Jungs, wie es hier ist. Aber auf jeden Fall ist das so lustig! Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man Pandas beobachtet. Coco beschloss sich auf den Heimweg zu machen, bevor der Zoo schloss. Coco liebte Besuche bei Frau Professor Weisheit. Sie arbeitet immer an neuen, interessanten Projekten. Heute half sie dabei, eine Rakete ins All zu schicken. Und der Mann mit dem gelben Hut würde in dieser Rakete mitfliegen. Na, sind Sie bereit, als erster Mann ohne Astronautenausbildung ins All zu fliegen? Ich bin bereit. Leider ist nur Platz für einen, Coco. Aber du darfst dich hier neben mich setzen, damit du alles beobachten kannst. Das hier sind Dr. Alvin Einstein und Professor Anton Pitzer. Guten Tag, sehr erfreut. Sind Sie etwa verwandt mit dem berühmten... Nein, das bin ich nicht. Ich auch nicht. In der Internationalen Raumstation gibt es nichts mehr zu essen. Wir haben noch eine Erdnuss gefunden. Sie war unter meinem Sitz versteckt. Dieser Mann hier mit dem gelben Hut wird euch Verpflegung bringen. Er startet in Kürze. Also mit anderen Worten, wir dürfen die Erdnuss jetzt essen. Ich bin der Meinung, wir gehen kein Risiko ein. Einverstanden. Geben Sie die Erlaubnis. Ja, ihr dürft die Erdnuss essen. Guten Appetit. Und das hier ist Ihre Rakete. Sie wurde von Frau Professor Weisheit entwickelt. Es hängt allein von Ihnen ab, die Ladung genau im richtigen Moment zu übergeben. Sie löst sich per Knopfdruck von der Rakete ab und dockt an der Raumstation an. Können wir uns auf sie verlassen? Hundertprozentig. Professor Pitzer und ich packen noch ein paar Versuchsobjekte dazu, die pünktlich zur Raumstation müssen. Diese Versuchsobjekte wollte Koko unbedingt sehen. Koko, sei vorsichtig. Das ist ein hochtechnologischer, kostbarer Waschbär? Sie sollen in der Raumstation wohnen, damit wir studieren können, wie Sie mit dem Leben im Weltraum zurechtkommen. Koko konnte in alle Behälter hineinsehen. Nur in diesen einen nicht. Was sich wohl darin verbarg? Und nun erklären Sie ihm das Allerwichtigste. Mit diesen Knöpfen werden Sie die Ladung abschießen. Sie müssen diese zwei Tasten auf allen vier Feldern gleichzeitig drücken. Auf allen vier Feldern gleichzeitig? Ja, und zwar genau in dem Moment, wenn die Rakete die Raumstation erreicht. Ach, aber wie soll das gehen? Es ist unmöglich. Ich habe doch nur zwei Hände. Die Tastenanordnung war Professor Pitzas Idee. Die Waschbären waren meine Idee. Für die Tasten bist du verantwortlich. Geht das wieder los? Doch, ich erinnere mich genau. Du wolltest unbedingt die vier Felder haben und den weiten Abstand. Wir müssen den Start auf unbestimmte Zeit verschieben. Oder wir finden einen Astronauten mit vier Händen. Es war ein warmer Tag auf dem Land. Das beste Wetter, um zu segeln. Mit einem Spielzeugsegelboot natürlich. Aber auch ein Spielzeugsegelboot kann plötzlich in unruhige Gewässer geraten. Kapitäne weinen nicht. Sie reparieren. Oder sie suchen sich Hilfe. Bis morgen früh habe ich es wieder sehtüchtig für dich, kleiner Kapitän. Ah! 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 Und am nächsten Tag, früher als der frühe Morgen. Ah! Pünktlich auf die Minute. Ah! Hier, bitteschön. Bereit in See zu stechen. Ah! Ah! Koko lief schnell zum Wasser zurück, um die Segel zu setzen. Ah! 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 Und ein Boot, aber kein Wasser mehr. Das Flussbett war nur noch ein Rinnsaal. Wohin war das Wasser verschwunden? Oh! Nein, er konnte es nicht finden. Aber dafür entdeckte er diese seltsame Mauer. Oh! Also das war der Grund. Das Wasser konnte an dieser Stelle nicht weiter fließen. Hallo Koko, suchst du etwa die Biberfamilie? Die Biber haben diesen Damm gebaut. Sie staunen das Wasser zu einem See. Ich wette, in der Stadt siehst du keine Biber bei der Arbeit. Ja, da sind sie. Sie holen sich gerade einen Baum. Ich habe sie fotografiert. Komm ihnen nicht zu nah, wenn sie arbeiten. Das mögen sie nicht. Mach's gut. Also das war ein Biber. Koko wollte ihnen sagen, dass ihre Äste davontrieben. Dabei muss er ihnen zu nahe gekommen sein. Wenn die Biber nicht wollten, dass er ihnen zusah, würde er eben mit seinem Boot spielen. Und wenn sie ihren See nicht teilen wollten, musste er sich eben einen eigenen bauen. Und zwar mit genau so einem Staudamm. Es musste einen leichteren Weg geben, Holz für einen Affendamm zu beschaffen. Ja, Frau Renkens Brennholz. Na, hattest du Spaß mit deinem Boot? Oh, du möchtest gern dieses Brennholz hier haben? Nimm es ruhig. Ich gebe dir Klara und den Karren, dann musst du es nicht tragen. Nun hatte er Holz. Was konnte er noch gebrauchen? Es war Hochsommer und in der Stadt war es unerträglich heiß. Eine richtige Affenhitze. Aber es gab ein kleines Stadtkind, das kam nicht ins Schwitzen. Denn es war auf dem Land, wo es erfrischend kühl war. Koko! Das nennst du eine Bombe? Warte! Ich zeig dir, was eine echte Bombe ist! Koko liebte das Land. Hier gab es so viele Dinge, die es in der Stadt nicht gab. Man konnte Frösche quaken hören. Man konnte den Windtauch der Flügel spüren, wenn ein Kolibri seine Kreise um eine Blume zog. Und nachts sah man einen Himmel voller Sterne. Na, was treibst du, Koko? Sterne zählen? Niemand kann sagen, wie viele Sterne es wirklich gibt. Nicht mal die Wissenschaftler. Und da dachte Koko, vielleicht war es in der Zeit, dass jemand es herausfand. Dann würden die Wissenschaftler bestimmt sehr dankbar sein. Und Koko war genau der richtige Affe, um alle Sterne zu zählen. Die wichtigste Regel beim Sterne zählen war, den Überblick zu behalten. Koko machte für jeden Stern einen Strich auf seinem Block. Die zwei wichtigsten Regeln beim Sterne zählen waren, den Unterschied zwischen Sternen und Glühwürmchen zu kennen und den Überblick zu behalten. Und die dritte Regel war, die beiden ersten Regeln spielten keine Rolle, wenn man dabei einschläft. Denn wenn man in der nächsten Nacht zurückkehrt, weiß man nicht mehr, welche Sterne schon gezählt sind und welche nicht. Also zählen die Sterne von letzter Nacht schon nicht mehr. Und man muss von vorne anfangen. Die einzige Lösung war, man musste die Sterne alle so schnell wie möglich zählen, bevor man einschlief. Genauso. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 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 Aber Koko war nicht schnell genug. Guten Morgen, Nachbarn. Hallo, Bill. Koko war letzte Nacht lange wach, um Sterne zu zählen. Es ist wirklich schade, dass du sie jetzt nicht zählen kannst. Dabei sind sie die ganze Zeit da, weißt du? Wir können sie am Tag nur nicht sehen, weil die Sonne so hell ist. Koko war sich dann nicht so sicher. Er fragte sich, was wohl wirklich mit den Sternen am Tag passiert. Vielleicht schlafen sie. Oder vielleicht werden sie ausgepustet wie Kerzen. Oder vielleicht zieht auch nur irgendein Junge mit blonden Haaren an einem Schalter. Was auch immer passiert, jedenfalls kann man nichts zählen, was man nicht sehen kann. Aber Koko gab nicht auf. Es musste einen Trick geben, wie man die Sterne zählen und schlafen kann. Dieser Trick musste ihm nur einfallen. Das war doch die große, umgekehrte Kappe. Sie konnte eine Orientierung sein. Er konnte die Sterne darunter zählen und dann die oben drüber. Und schon hatte er ein System. Für Hector war nichts schöner, als an einem sonnigen Tag ein Hund zu sein. Es war viel würdevoller, als wie ein verschwitzter und völlig erschöpfter Mensch herumzulaufen. Na, schon vom Marathon zurück. Und Sie haben einen Preis gewonnen? Sie sind der 17. geworden? Tja, dann gratuliere ich Ihnen. Halte die Kamera ruhig. Und jetzt drück auf den Knopf. Ähm, ich werde ihn hierhin stellen. Neben dem Preis für meinen Sprint auf einer Kuhweide. Wenn man Trophäen aufstellt, vergisst man nie, was man vollbracht hat. Man muss sie nämlich regelmäßig abstauben. Diesen Preis habe ich für die Ersteigung eines Berges bekommen, der heute Berg des Gelben Hutes heißt. Du wirst auch eines Tages Preise gewinnen. Eine Trophäe gibt es, wenn du etwas sehr gut machst. Wie zum Beispiel das beste, brave kleine Äffchen zu sein. Koko wusste, dass die Chancen dafür gering waren. Aber vielleicht konnte er in etwas anderem gewinnen, eines Tages. Hallo Koko, Koccolino. Ich bin in einer schwierigen Lage. Ich habe heute keine Hilfe. Würdest du... Alles erledigt. Ich danke dir von Herzen. Grazie. Auf jeden Fall. Schön. Mein allerneuestes Dessert. Einen Jocki-Eiscreme. Sie ist für dich, Koko. Das ist der Preis für das hilfreichste kleine Äffchen. Ich danke dir für deine tolle Arbeit. Das hast du gut gemacht. Diese Eisüberraschung war Kokos erste Trophäe. Eine Trophäe bekommst du, wenn du etwas sehr gut machst. Au! 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 Wer hatte das getan? Einen Preis für das hilfreichste Äffchen schmelzen zu lassen, war gemein. Gokko, was ist denn passiert? Hast du deine Njoki-Eiscreme in der Sonne stehen lassen? Na ja, wer weiß, wozu es gut ist. Vielleicht kann ich sie noch gebrauchen. Aber diesmal stellt das Eis nicht in die Sonne, sonst schmilzt es wieder. Gokko wusste jetzt, dass er seine Trophäe von der Sonne fernhalten musste. Hallo, Gokko! Gibst du uns ein klitzekleines Stück von deiner Eiscreme? Es war ein sehr ergiebiger Vormittag beim Räumungsausverkauf gewesen. Gokko konnte sich nicht vorstellen, wie dieser Tag noch besser werden sollte. Oder etwa doch? Das große Kaufhaus hatte offenbar eine neue Süßigkeitenabteilung eröffnet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Betsy, aber an blauen Süßigkeiten kann ich einfach nicht vorübergehen. Ich kann nicht mit diesem Stuhl das Kaufhaus betreten. Die Pyramide macht sich besonders gut in Pink, finden Sie nicht auch? Eigentlich wollte ich noch einen Rhombus bauen, aber der gelingt mir irgendwie nicht. Einen Rhombus? Er fällt immer wieder auseinander. Na egal, willkommen bei Karamell Süßigkeiten, ich bin Karamell. Wir hätten gern vier kleine Schachteln gemischte Pralinen. Wunderbar, sie sind übrigens meine ersten Kunden heute. Keiner konnte es erwarten, die Pralinen zu probieren. Hey, in Koko's Schachtel sind nur vier Stück, nicht sechs. Da kann wohl jemand nicht zählen. Er kann zwei von mir abhaben. Ich wollte sie ohnehin nur mal kosten. Heißt das, ich kriege die anderen drei? Koko fand, dass es nicht fair ist, wenn einer verzichten muss. Also tat er das einzig Richtige. Oh, nicht schon wieder. Oh, willst du noch zwei dazukaufen? Ach so, du meinst, das Feten zwar in der Packung. Und woher weiß ich, dass du sie nicht gegessen hast? Stimmt, keine Spur von Schokolade auf deinen Zähnen. Die sind übrigens sehr hübsch, weißt du das? Na also, such dir zwei aus. Entschuldige bitte, dass du zu kurz gekommen bist. Manchmal packe ich die Schachteln zu Hause und meine Katze lenkt mich ab. Ach du meine Güte, ich muss unbedingt Nachschub holen, aber ich kann hier nicht einfach weg. Hey, würdest du kurz auf meinen Stand aufpassen? Ich glaube, dass man dir voll und ganz vertrauen kann. Außerdem ist nicht viel los heute, wenn ich kundschaft. Gib gut auf die Süßigkeiten acht, während ich weg bin. Bis gleich und vielen Dank. Der rätselhafte Rhombus Koko fragte sich, ob er den Rhombus bauen könnte. So schwer sah das nicht aus. Wieso hielten andere Formen besser? Ah! 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 Kiskoriger Werispzan Jetzt erst bemerkte er, dass Kundschaft da war. Ich möchte eine Schachtel Pralinen für meine Frau, wenn möglich mit Minze. Ah, 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 ah. Ah, ah? Schmecken die hier nach Minze? Ah! Oder vielleicht diese hier? Uh, 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 ah, ha ... Rrrr Ja! Ha, ha, ha! aber nicht nach pfefferminze aus das nächste blaue stück hatte dieselbe füllung aber minze was immer noch nicht habt ihr denn keine liste mit den geschmacksrichtungen ach es qu'il était beau le jardin potager du chef passgetti non mancon des tomates d'aubergine bref nous mancon de tout anna il va falloir que nous agrandissons les jardins regarde j'ai dessiné ce qu'il faut acheter des tuyaux d'arrosage des sacs et des terres et des plantes légumes je veux bien mais où veux-tu qu'on trouve la place pourquoi george aimait tellement ce jardin parce qu'il était en pleine ville tout en haut d'un immeuble laisse moi te dire une bonne chose si tu ne faisais pas autant d'essais tu n'aurais pas besoin de tous ces légumes y est soui bien obligé de faire des essais sinon comment tu veux que je perfectionne ma recette du fameux vegeto burger je croyais que cela était excellent mais oui son humain je ne cherche pas l'excellence mais la perfection le pique-nique des pompiers aura lieu dans une heure tu penses que tu pourras atteindre la perfection d'ici là je n'ai pas les choix je ne m'appelle pas parce que tu es pour rien alors qu'est ce que je pourrais ajouter des bons de l'oignon de l'ail de l'oignon non plus tout de l'ail de l'oignon bon d'accord on va essayer ah délicioso merci giorgio tu m'as aidé à trouver la composition parfaite ça c'est mon carnet des recettes chaque fois que j'en invente une nouvelle je dessine les ingrédients que j'ai utilisé pour pouvoir m'en souvenir satisfait de sa recette le chef fit griller son hamburger végétarien pour le faire goûter ah j'ai oublié d'ajouter du poivre il n'est pas encore trop tard ah non viens goûtez ça et dites moi ce que vous en pensez en toute franchise le végétaux burger n'est préparé qu'avec des légumes qui sont cultivés dans mon jardin potager goûtez-le goûtez-le je n'ai qu'un mot à dire parfait vous ne faites pas semblant de vous régaler uniquement pour me faire plaisir moi je suis ta femme et lui c'est genre si on ne te parle pas franchement personne ne le fera alors le chef se dépêcha de préparer suffisamment de de végétaux burger pour le pique-nique des pompiers et s'il te plaît va mettre ça dans les camions pendant que je m'occupe du grill george fit bien ce que le chef lui avait dit mais il s'était trompé de camions hé coucou il ya un singe qui me dit bonjour ces petites bêtes sont adorables oh mamma mia si personne n'apprécie mes végétaux burgers je ne cuisinerai plus jamais de ma vie je ne serai pas la fin du monde tu as des tas d'autres recettes qui ont fait ta réputation ça m'est complètement égal si ma nouvelle spécialité ne plaît pas je rendrai ma toque de chef cuisinier oh non ne t'inquiète pas tout va bien c'est passé george n'a pas osé dire ce qui était arrivé il pouvait se servir du carnet de recettes du chef pour préparer exactement le même hamburger comme ça les pompiers n'y verrait que du feu les ingrédients provenaient du jardin comme tout était dessiné sur cette page ça voulait dire que c'était la bonne recette Coco konnte sich nicht erinnern, dass er den Mann mit dem gelben Hut schon jemals so erlebt hatte sonst war er ruhig und gelassen und er hatte seinen gelben Hut auf oh da ist er ja hallo guten morgen treten sie ein fertig wie versprochen ah das hat sich wirklich gelohnt drei lange tage auf ihn zu verzichten nein ich trage ihn lieber selbst nach hause Coco wollen sie ihn nicht gleich aufsetzen nein er soll auch heute abend noch tadellos aussehen wir sind zur enthüllung der neuen planetariumskuppel eingeladen ah danke jetzt lass uns aber schnell nach hause gehen bevor meinem tadellosen sauberen Hut noch etwas zustößt was für ein glück wir haben es geschafft ok also Coco wenn ich zurück komme gehen wir gleich los zum planetarium vergiss nicht zu baden es werden fotografen da sein und ich möchte dass du sauber und flauschig aussiehst Coco wollte gleich ein bad nehmen so wie es ihm gesagt wurde es war wirklich ein tadelloser Hut wer konnte da schon widerstehen ihn einmal aufzusetzen es war wirklich ein tadelloser Hut wer konnte da schon widerstehen ihn einmal aufzusetzen Coco wollte Kompass nur eine sekunde zeigen wie er damit aussah aber nun war er verschwunden ja Coco hatte den Hut hier entlang fliegen sehen aber nun war er verschwunden Oh Ah Hahahaha Damen Also Endlich war der Hut wieder zuhause und noch tadellos Fast. Koko zog das Stöckchen so vorsichtig aus dem gelben Hut heraus, wie es kein Arzt besser gekonnt hätte. Okay, das war nur ein winziger Faden. Kein Problem. Vielleicht musste er etwas fester ziehen. Oder vielleicht musste er ihn abschneiden. Koko hatte ganz vergessen, dass er seine Bastelschere das letzte Mal benutzt hatte, als er sein Marmeladenbrot in der Mitte teilen wollte. Das war doch nur ein winzig kleiner Fleck. Er musste ihn nur abschrubben. Mit der Drahtbürste wurde der Grill immer wieder strahlend sauber. Und der Grill war viel dreckiger als dieser Hut. Er hatte wohl zu stark geschrubbt. Frau Quint hatte um Hilfe bei der Vorbereitung für Herrn Quints Geburtstagsüberraschungsparty gebeten. Und Koko bereitete sich eifrig darauf vor. Er übte Überraschung zu rufen und es klappte schon ziemlich gut. Aber er wollte der Allerbeste sein. Also übte er immer weiter. Haben Sie für Ihren Mann schon mal eine Überraschungsparty gegeben? Wenn ich ihn nicht überraschen würde, würde er nie sein Geburtstag feiern. Weil er so eine große Familie hat? Genau das ist der Grund. Ich halte auch schon nach Ihrem Mann, Frau Quint. Aber er ist bisher nicht in Sicht. Jetzt brauchst du noch nicht nach ihm zu sehen. Er wird frühestens in zwei Stunden hier sein. Wow, ich bin nicht der, den du überraschen musst, Koko. Es ist nicht mein Geburtstag. Oh, er kommt früher nach Hause. Oh, was machen wir denn nun? Am besten Sie nehmen ihn mit zu sich nach Hause, bis ich mit den Vorbereitungen fertig bin. Nein, jetzt noch nicht, Koko. Hallo, meine Freunde. Na, wie geht's? Danke, gut. Oh, Sie haben ja ein Loch in Ihrem Boot. Sie hatten heute Pech, hm? Ach, alles halb so schlimm. Dadurch habe ich etwas vom See gesehen, das ich bisher nicht kannte. Den Grund. Jetzt muss ich mich erst mal von meinen durchnässten Socken befreien. Oh nein, tun Sie das nicht. Ich meine, ich wollte Sie fragen, ob Sie kurz zu uns kommen könnten. Wir wollen einen Fischteich anlegen und brauchen den Rat eines Experten. Über, über Fische. Aber selbstverständlich. Lassen Sie mich nur ein paar trockene Sachen anziehen. Bitte trockene Sachen und nun hilf Ihnen. Na schön, meine Liebe, wenn du es unbedingt willst. Hä? Kein Quint kann Fischkräckern widerstehen. Vielleicht werdet ihr die noch gut gebrauchen können. Aha. Na dann, ich wünsche euch viel Spaß. Also versuchten Koko und der Mann mit dem gelben Hut, Herrn Quint mit einer Menge Fragen abzulenken. Na ja, wenn der Teich so groß wird, können durchaus auch große Fische hinein. Koko wollte gerade fragen, wie viele Walfische er dann haben könnte, als Herrn Quints Bruder Flint Quint auftauchte. Oh, hallo. Koko, erinnerst du dich an Herrn Quints Bruder, den Stationsvorsteher? Hallo, Clint. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hallo, Flint. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wusstest du nicht, dass beide heute Geburtstag haben? Das heißt, Flint sollte möglichst auch nichts von der Überraschungsparty erfahren. Die Quint-Brüder waren also Zwillinge. Nun hatte Koko zwei Leute, für die er Überraschung rufen konnte. Das würde ein doppelter Spaß. Deine Frau sagte, du brauchst meine Hilfe. Also da bin ich. Nein, hier geht es um Fischangelegenheiten und nicht um Eisenbahnangelegenheiten. Wir sehen uns gleich bei mir, Flint. Nein, bitte gehen Sie nicht. Wir planen eine Modelleisenbahn. Sie soll um den Gartenteich herumfahren. Bin gleich zurück. Ja, hallo? Oh, hier ist Frau Quint. Ich bin verzweifelt. Das Bäckerauto ist kaputt und Sie können die Geburtstagstorte nicht rechtzeitig liefern? Ich fahre sofort los und hole sie. Oh, vielen Dank. Das ist wirklich nett. Sie wissen ja, der Bäcker ist mitten im Dorf, die Straße runter und links. Die Gleise können nicht über den Teich gelegt werden. Das macht den Fischen Angst. Und was hältst du von der Idee eines Tunnels? Würden Sie einen Moment auf Koko aufpassen? Ich muss etwas erledigen. Oh, natürlich. Wir werden weiter am Teich tüfteln, während sie weg sind. Du musst jetzt aufpassen, dass die Quints hierbleiben. Sie dürfen nichts von der Überraschungsparty erfahren. Koko dachte, das würde leicht werden. Denn sicher würden sich die Quint-Brüder stundenlang wegen des Teichs streiten. Also, wir haben alles ausgetüftelt. Den perfekten Teich und die perfekte Eisenbahn. Und du kommst jetzt mit zu mir nach Hause. Wir wollen nämlich sofort die Pläne zeichnen. Koko musste erreichen, dass die Quints hier blieben. Das war wichtig, wegen der Überraschung. Fischkräcker, wie lecker. Oh, oh, oh. Es gab nur zwei Dinge, die Koko dazu bringen konnten, ein paar zu nehmen. Seifenblasen und Springi. Der genialste Spielzeugforscher, den die Welt je gesehen hatte. Und der beste Seifenblasenmacher, den Koko kannte. Ohne ihn war ein Bart einfach kein Bart. Ah. Aha. Ja, 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 ja. Ich frage mich, wozu dieses Teil hier wohl gehört. Oh, Koko. Ich habe dein Boot wiedergefunden. Puh. Im Kühlschrank. Weißt du, Koko, wenn du ein bisschen mehr auf deine Spielsachen aufpassen würdest, würdest du auch nicht so viel verlieren. Oha. Komm jetzt, wir wollen in den Park. Freust du dich, dass wir dein Boot gefunden haben, Koko? 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 Koko, lass uns nach Hause gehen und eine Kleinigkeit zu Mittag essen. Vielleicht willst du dich noch ein bisschen sauber machen, bevor wir losgehen. Koko. Wenn ihr so weitermacht, kommen wir nie nach Hause. Komm, wir machen dich zu Hause sauber. Es ist so weit, Koko. Das Essen ist... Fertig. Du musst dich wirklich erst waschen, bevor wir essen. Nimm einfach schnell ein Bart. Ich warte so lange. Haha. Es gab nur zwei Dinge, die Koko dazu bringen konnten, ein Bart zu nehmen. Seifenblasen und... Und... Springhiederfrosch. Koko fragte sich, wo der wohl sein könnte. Koko? Koko, warum brauchst du denn so lange? Du kannst dein Zimmer doch später aufräumen, wenn du dich gewaschen hast und nach dem Essen. Hörst du? Spring rein. Ah, verstehe. Du willst wohl zu Wasser gelassen werden, wie ein neues Schiff? Na schön, los geht's. Allzeit gute Fahrt. Das kitzelt Koko. Ich weiß, du hast heute schon gebadet, aber es hilft nichts. Du musst doch mal in die Wanne. Hey, schau mal, all die hübschen Blasen. Siehst du? Aber Koko konnte unmöglich ohne Springi baden. Er musste doch hier irgendwo sein. Koko? Auf keinen Fall wollte Koko zugeben, dass er sein Spielzeug verlegt hatte. Er würde Springi schon finden. Koko? Eines der schönsten Dinge auf dem Land ist die frische Milch. Guten Morgen, Herr Rankins. Und für Koko war das schönste Ding an der frischen Milch... ...die Kuh. ...die Kuh. Klara mag dich aber gern, Koko. Glückliche Kühe geben die meiste Milch, also lasst sich ruhig noch etwas abschlecken, wenn es ihr so gefällt. Hört sich das nicht nach Spaß an? Oh, und denk daran. Sei ein braves kleines Äffchen. Koko mochte Kühe wirklich sehr. Kein anderes Tier war so groß, so friedlich und gab so leckere Milch. Kuh, 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 kuh. Kuh, 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 kuh. Wildblumen. Koko hatte noch nie so viele Farben auf einmal gesehen, außer in seiner Kiste mit den Wachsmalstiften. Und sie rochen auch besser als seine Wachsmalstifte. Kuh, 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 kuh. Koko bat sie, eine brave, liebe Kuh zu sein. Aber Klara verstand offenbar keine Affensprache. Also versuchte Koko, Kuhsprache zu sprechen. Kuh, 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 kuh Vielleicht hat es auf dieser Wiese früher noch viel mehr wunderschöne Blumen gegeben. Und sie hatten schon alle gefressen. Koko musste sich sofort etwas einfallen lassen, bevor sie auch den letzten Blumenfleck verspeisten. Aber unglücklicherweise verstanden die Kühe auch keine Richtungspfeile. Er versuchte sie mit Apfel jonglieren abzulenken, aber die Kühe fraßen alle Äpfel auf. Also lieh er sich eine alte Vogelscheuche und verwandelte sie in eine gruselige Kuhscheuche. Guten Morgen, Koko. Bitte gib mir noch fünf Minuten in Ordnung. Beeilung! Diese wilde Achterbahn schwingt und schwenkt sie um H-Nadel feine Kurven. Und das in schwindelerregtem Tempo. Also auf in den Herzrasen-Vergnügungspark und ab in die Turbo-Python 3000. Befehl von Kapitän Zahni. Tja, was soll ich dazu sagen? Das sieht wirklich aufregend aus, Koko. Wie auch immer, wir haben heute eine Menge zu erledigen und... Ich ziehe mich gleich an, damit wir einen spaßigen Tag im Herzrasen-Vergnügungspark verbringen können auf der Turbo-Python 3000. Du bist die Lakritz-Stangen, aber nicht alle auf einmal, hörst du? Hä? Hallo Steve, hallo Betsy. Hallo. Hallo Koko. Hey, habt ihr schon eine Runde mit der Turbo-Python 3000 gedreht? Wir sind schon neunmal damit gefahren. Das ist Rekord. Aha, macht es denn... Spaß? Klar, ihr solltet Steve mal schreien hören. Wir werden den ganzen Tag fahren. Kommt ihr mit? Alle waren begeistert davon, mit der Turbo-Python 3000 zu fahren. Bis auf den Mann mit dem gelben Hut. Er hatte Angst vor Achterbahn. Vor allem, wenn er sich an das erste und letzte Mal erinnerte, als er mit einer Achterbahn gefahren war. Das war lange her. Damals war er noch der Junge mit dem gelben Hut. Ja! Und seit diesem Tag hatte er Angst vor Achterbahnen. Ganz ruhig. Ich bin nun ein erwachsener Mann und habe keinen Grund, mich vor einer Achterbahn zu fürchten. Also, äh, viel Spaß, Koko. Ich, äh, muss unbedingt was trinken. Ja! Äh, warte mal. Das tut mir sehr leid, aber du darfst in der Turbo-Python 3000 nicht mitfahren. Hm? Du musst so groß sein wie auf diesem Schild. Und, äh, das, das bist du leider nicht. Geh mal zur Seite. Pech gab mein Freund. Haha, das gilt auch für dich, Kleiner. Hua! Bist du sauer, wenn wir ohne dich fahren? Äh, ja. Tut mir leid, ich messe nur die Körperlänge und nicht. Nicht, noch den Hut. Au! Du musst noch ein ganzes Stück wachsen, bevor du hier mitfahren darfst, mein Kleiner. Koko fragte sich, wie groß er wohl noch werden musste. Aber als er mit der Hand seine Größe überprüfte, war er genauso groß wie auf dem Schild. Oh! Du hast nicht richtig gemessen. Ich wünschte, ich hätte ein Lineal oder sowas. Mal sehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das Schild ist fünf Lakritzstangen hoch. Und du bist nur... Eins, zwei, drei, vier Lakritzstangen hoch. Du kannst wieder herkommen, wenn du eine Lakritzstange gewachsen bist und bist da ein viel Spaß mit den anderen Attraktionen im Park. Frühling lag in der Luft und für ein Äffchen gab es nichts schöneres, als in solch einer Luft Sprünge zu machen. Hüiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Wenn Koko in die Eingangshalle stürmte, musste Hector immer ein scharfes Auge auf ihn haben, um die Ordnung zu wahren. Gehen wir, Koko! Ich wünschte, ich hätte deinen Schwung, Koko. Hector wurde schon müde, wenn er Koko nur zusah. Hallo, Frau Professor Weisheit. Na, was hast du denn da, Koko? Etwa deinen Lieblingsdinosaurier? Ah, das ist dein Lieblingsdinosaurier. Aber das ist derselbe. Die Knochen, die du hier siehst, sind bei dem Kleinen innen drin. Weißt du, du hast auch Knochen in dir drin. Gib mal deinen Arm. Das Harte unter der Haut ist ein Knochen. Er gehört zu deinem Skelett. Nun, wo er wusste, dass auch in seinem Kopf ein Knochen versteckt ist, musste er sich den Dinoschädel unbedingt aus der Nähe ansehen. Koko, nicht! Das ist gefährlich! Ist was passiert? Koko wollte schon immer mal in einem Krankenwagen mit Sirene mitfahren. Aber irgendwie machte es doch nicht so viel Spaß. Im Krankenhaus beschloss der Arzt, von Koko's Bein ein Röntgenbild zu machen. Tja, leider ist es gebrochen. Wir werden dein Bein wohl eingipsen müssen. Wer Gips verhindert, dass dein Knochen sich bewegt? Nur so kann dein Bein heilen. Hey, das sieht nach Koko aus. Hector wusste, was zu tun war, wenn er diesen Namen hörte. Er hielt sich bereit, um Unordnung und Chaos in seiner Eingangshalle zu verhindern. Der arme kleine Kerl. Ist es sehr schlimm? Na ja, es könnte schlimmer sein, aber er muss sich in den nächsten Tagen in Acht nehmen. Kein wildes Herumgesprünge, kein Lärm. Hector war sich gar nicht sicher, ob das wirklich Koko war. Ach, du bist es! Du bekommst Besuch, Koko. Das war Koko, keine Frage. Niemand sonst im ganzen Haus hatte diesen Geruch. Entschuldigung, ist Hector bei Ihnen? Ja, wir sind in Koko's Zimmer. Wissen Sie, unten in der Eingangshalle lässt Hector Koko wirklich nie aus den Augen. Das ist wahre Freundschaft. Hector sollte Koko Gesellschaft leisten, dann können Sie in Ruhe arbeiten gehen. Ich werde ihn so lange vom Wachdienst befreien. Koko, würde es dir gefallen, wenn Hector ein wenig bei dir bleibt? Koko fand, dass das Haus auf dem Land ein wunderbares kleines Plätzchen war. Aber er fragte sich auch, wie es wohl wäre, ein wunderbar großes Plätzchen zu haben. Beispielsweise eine Burg. Koko, sieh mal, was ich gefunden habe. Mein altes Fotoalbum. Oh, der kleine Junge? Das bin ich. Na, wie auch immer. Wenn ich das sehe, fällt mir ein, dass ich lange nicht mehr am Strand war. Wollen wir mal hinfahren? Du kannst dort eine Burg bauen. Na ja, ich weiß nicht, ob wir eine Sandburg bauen können, die so schön ist. Aber wir sollten es einfach versuchen. Ähm, Koko? Wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du jetzt an den Strand fahren. Den ganzen Weg über tüftelte Koko an seinen Bauplänen für die Burg. Er wollte, dass sie wirklich perfekt wurde. Koko, wir sind da. Riech mal diese salzige Luft. Koko? Koko? Koko hatte gar nicht erwartet, dass er so viel Platz für seine Burg haben würde. Bei derartig viel freiem Raum konnte er ja viel größer bauen. Koko, warte auf mich! Hast du schon irgendeine Idee für deine Sandburg? Kokos Sandburg würde nicht irgendeine Sandburg werden. Aber hier muss sie doch irgendwo sein. Ich bin sicher, dass er hier seine Sandburg bauen wollte. Nein! Ist das etwa Kokos Sandburg? Hallo! Ist irgendjemand zu Hause? Koko? Ich bin's! Koko, das ist die beste Sandburg aller Zeiten, die ein Äffchen je gebaut hat. Sie ist gigantisch! Nun wusste er genau, wie seine Sandburg aussehen sollte. Und er wollte, dass es eine Überraschung wird. Wollen wir zusammen eine Burg wie diese bauen? Ah, verstehe. Du baust deine Burg hier und ich soll irgendwo da drüben hingehen. Und dann überraschen wir uns gegenseitig. Ist das deine Idee? Ich finde, das hört sich spaßig an. Ich bin wirklich gespannt, Koko. Du brauchst einen Eimer und eine Schaufel, wenn du eine Sandburg bauen willst. Koko hatte gedacht, er müsste alles mit bloßen Händen bauen. Es würde also noch leichter werden, als er erwartet hatte. Ich kann dir ein paar gute Tipps geben. Okay, ich bin dann hinter der nächsten Düne, sodass du nicht sehen kannst, was ich baue. Kokosburg würde eine riesige Überraschung werden. Und zwar wirklich riesig. Zuerst markierte er ganz genau, wo die Wände hinkommen sollten. Dann beschloss er, wo er die Türen einbauen würde. Man muss immer genau wissen, wo es rausgeht, falls es mal ein Feuer gibt. Und nun zum leichten Teil. Die Bauarbeiten. Koko war dabei, ein wichtiges Experiment durchzuführen. Er testete die Wohnzimmermöbel auf ihre Sprung-Eigenschaften. Dieser Teil der Couch machte ein ganz anderes Geräusch. Aber es war gar nicht die Couch. Es hörte sich nach etwas Großem an. Und nach etwas Schwerem. Und es kam von dort oben. Du hast bestimmt den neuen Mieter über uns herumlaufen hören. Er ist vergangene Woche eingezogen. Aber was Koko gehört hatte, klang viel lauter als einfache Fußstapfen. Was tust du da? Koko, glaub mir, das sind die Schritte von unserem neuen Nachbarn. Etwas anderes kann es nicht sein. Und mit Sicherheit hat er kein wildes Tier da oben. Der Mann mit dem gelben Hut wohnte doch mit Koko zusammen. Also warum sollte der neue Mieter nicht auch ein Tier bei sich haben? Aber was für ein Tier. Natürlich, der neue Nachbar hatte einen Elefanten. Das musste er sofort dem Mann mit dem gelben Hut sagen. Oh, Koko? Du hast gerade von einem Elefanten geträumt? Oh, Koko. Oh, Koko. Oh, Koko. Oh, Koko. Oh, Koko. Oh, Koko. Oh, ähm, am besten du siehst dir keine Naturbücher mehr vor dem Schlafengehen an. Du bekommst davon nur seltsame Träume. Diese Gute-Nacht-Geschichte ist wohl besser. Äffchens Traumreise. Ach, gute Nacht. Oh. Dieses neue Geräusch kam bestimmt nicht von einem Elefanten, der einfach nur herumging. Es kam von einem Elefanten, der... Was machte er wohl? Oh, ähm. Uh-oh. Ha. Ahh! Oh! Uh-uh. Hehehe! Ich habe letzte Nacht wirklich kein Auge zugetan. Hä? Oh. 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 Koko hatte noch nie bemerkt, wie viele Geräusche die Welt so machte. Er hatte noch nie so genau hingehört. Oh. 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 Flaschen und Zeitungen kamen in den Keller. Aber manche Sachen mussten auch zum Recyclinghof gebracht werden. Sieht aus, als könntest du eine helfende Hand gebrauchen. Oder vielleicht einen helfenden Fuß. Ich schätze, du willst da hin, wo ich auch hin will. Ich muss ein Päckchen für Betsy abholen und der Recyclinghof ist direkt nebenan. Wir packen einfach alles in den Wagen. Und du kommst mit. Vielleicht wird es auf jeden Fall leichter, wenn ich mit dir den Berg runterrolle. Oh-oh! Oh-oh! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Kristen, Wasser, Rكر, Tropez zeigt nur die Möglichkeit. Ist dir irgendwas passiert? Das Rad! Ich hole es! Junge, das ist ja ein schönes Stück gerollt. Ich wette, man könnte es von einer Seite des Parks bis zur anderen Seite rollen lassen, wenn man wollte. Man würde vielleicht sogar irgendeinen Radkoller-Rekord damit aufstellen. Hey, was meinst du? Wollen wir es probieren? Das räumt ja in einem Affenzahn! Es ist weg! Schnell hinterher! Du gehst dort lang! Das gehört mir! Wo kann es nur hin sein? Ach du meine Güte! Der Paketdienst macht gleich zu! Wir müssen uns beeilen! Komm schnell! Wir suchen das Rad einfach später! Treten! Es ist nicht so schlimm, solange wir das Gewicht immer treten! Immer über den hinteren Rädern haben! Treten! Und solange du immer schön gegen das vordere Rad trittst! Hey, wir sind da! Und wir haben sogar noch Zeit! Das ist das Ende unserer Probleme! Ah, da haben wir ein neues Problem! Gute Idee, Coco! Wir bringen dein Kram in den Recyclinghof und schon haben wir mehr Platz! Den ganzen Winter über hatte Coco mit Appetitos Mobley gespielt! Aber als der Winter vorüber war... Der Frühling ist da, Coco! Es wird Zeit, das wieder abzunehmen! Der Frühling war aber keine gute Begründung dafür, so etwas Lustiges wegzuräumen! Wie wär's denn mit einem neuen Frühlings-Mobiley? Und was war schon frühlingshafter als frisches Obst? Coco fand, dass sein Mobiley alles hatte, was ein Mobiley braucht! Oder fehlte doch etwas Wichtiges? Balance! Das ist sehr wichtig! Das brauchst du noch etwa so! Hä? Oh! Das war klasse! Für unsere nächste Vorführung des perfekten Gleichgewichts brauchen wir einen Freiwilligen aus dem Publikum! Hä? Spar dir den Auftritt für die Show, Claire! Sie will nur sagen, dass wir das hinkriegen! Ta-ta! Uh! Coco fragte sich, wer diese unglaublichen Obst-Gleichgewichtsexperten waren! Die Zucchinis! Hehehe! Appetito! Coco, Lino, darf ich dir meine Freunde vorstellen? Die farbelhaften Zucchinis! Wir wollten uns gerne etwas zu essen bestellen! Heute Abend ist unsere Vorstellung! Oh! Es ist mir eine Ehre! Selbstverständlich werde ich das Essen persönlich liefern! Danke! Ciao! Bis zu diesem Vormittag hatte er noch nie von ihnen gehört! Aber nun wollte Coco nichts lieber, als ein fabelhafter, balancierender Zucchini werden! Noki, die Katze, verstand nicht, was am Balancieren so schwer sein sollte! Aber Coco musste unbedingt sehen, wie die Zucchinis das machten! Du möchtest diese Pizzen für mich bei den Zucchinis abliefern, richtig? Hehehe! Aha! Verstehe! Du willst sie so schnell wie möglich wiedersehen, weil du auch ein Zucchini werden willst, ja? Ich weiß, ich weiß, ich weiß, kleiner Coco, Lino, ich habe auch jahrelang immer nur davon geträumt, ein fabelhafter Zucchini zu sein! Ah! Ah! Nun geh und folge deinem Traum, Coco! Aber beeil dich bitte, bevor die Pizza kalt wird! Miau! Steve, komm schon! Hilf mir! Lass mich nicht zappeln! Ach, gib es auf, Betsy! Du bist viel zu klein, um deinen großen Bruder in Schwung zu bringen! Hallo, Coco! Hey, was hast du denn da? Das riecht aber gut! Aber was ist denn nun passiert? Du sitzt jetzt mehr in der Mitte und darum ist es so, als wären wir gleich schwer! Danke, Coco! Ja! Bye! Miau! Miau! Oh! 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 Ah, Essen! Leckeres Essen ist die Grundlage für unsere künstlerischen Inspirationen! Ich glaube, er möchte bei uns mitmachen! Oh! 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 Aber der herrliche, frische, weiße Schnee um ihn herum war viel zu tief für Koko. Er konnte gar nicht spielen. Hallo Koko! Ich schätze, ein Stadtkind wie du hat noch nie im Leben solche Skier gesehen. Das ist die absolut beste Art, sich durch den Schnee zu bewegen. Ich hab noch ein altes Paar Skier, die kannst du haben. Willst du mitkommen? Das machte Spaß und Koko war so geeignet für das Skifahren, wie ein Affe eben fürs Skifahren geeignet ist. Meinst du, du schaffst es den Berg hoch? Mit seinen Skiern an den Füßen konnte Koko überall hin, wo Schnee lag. Dachte er zumindest. Du kannst einen Stellenhügel wie den nicht einfach geradeaus hochgehen. Du musst im Zickzack laufen. Hast du gut aufgepasst, Koko? Wenn du die Skier quer setzt, dann kannst du den Berg nicht wieder runterrutschen. Ja, das ist es! Sehr gut, Koko! Genau so musst du's machen! Koko hatte hier oben einen herrlichen Ausblick. Er konnte all die Bauernhöfe und Häuser sehen. Und da war sein Haus. Und da fiel ihm ein, dass er lieber schnell nach Hause gehen sollte. Denn sein Freund kochte den letzten Rest Kakao. Und keiner kann zwei Tassen heißen Kakao einfach stehen lassen. Auch nicht der Mann mit dem gelben Hut. Ich frage mich, was das für ein Geräusch ist. Der Sache muss ich kurz nachgehen. Du wartest hier so lange. Das war nicht gut. Nun war er noch weiter weg von zu Hause. Hey, Koko, ich bin hier unten. Ich hab nicht rausgekriegt, woher dieses Geräusch kam. Ich geh erst mal nach Hause. Viel Spaß noch! Immerhin ging es jetzt nur noch bergab. Er war sicher, es konnte nur noch Sekunden dauern, bis er zu Hause war. Es musste ihm doch gelingen, an den Ski ranzukommen. Naja, ein Ski war besser als gar keiner. Das war ganz große Klasse. Es war einer dieser herrlichen Vormittage auf dem Lande. Koko hätte noch lange geschlafen, wenn ihn nicht ein seltsames Geräusch aus seinen Träumen gerissen hätte. An einem stürmischen Tag klingen die offenen Fenster eines Hauses fast wie Musik. Dem Lied des Windes zuzuhören war schön. Aber viel schöner war es, ihn sich ins Gesicht blasen zu lassen. Und wie gut das roch. Hui, da gab's ne Menge Sachen, die ein schlaues Äffchen aus dem Fenster fliegen lassen konnte. Die dicken Wintersocken. Einen Vogel, den er gemalt hatte. Oder den großen Glückstein. Aber das Beste war unten versteckt. Warum so aufgeregt, Koko? Ja, ist ein toller Tag für Windspiele. Warte, ich mach dir die Tür auf. Ach, Koko, falls du überlegst, wie ein großer gelber Hut fliegt, Finger weg. Den brauch ich noch. Niemand darf mit diesem Hut spielen, auch du nicht. Na dann, viel Spaß. Ach ja, und pass auf, dass du nicht davonfliegst. Koko überlegte, was er zuerst in die Luft werfen sollte. Aber dann war der Wind schneller. Hopsi, das Eichhörnchen, tummelt sich den lieben langen Tag oben in den Bäumen herum. Nur wenn der Hunger ruft, muss er schnell runter, Nüsse ausbuddeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo, Koko. Perfektes Wetter zum Drachensteigen lassen. Hey, lenkt mich nicht ab, sonst verliere ich noch die Kontrolle. Und Kontrolle ist alles beim Drachensteigen. Oh. Los, du da oben, zeig mal, was du kannst. Bis zu diesem Morgen hatte Koko sowas noch nie gesehen. Und es gab nichts auf der Welt, was er sich mehr wünschte, als einen Drachen steigen zu lassen. Tut mir echt leid, aber ich kann dir die Schnur nicht geben. Du hast keine Ahnung von solchen Dingen. Denk nicht, dass es so leicht ist, wie es bei mir aussieht. Ich habe einen Kurs in Windwissenschaften belegt. Auf einen Fehler kannst du bei mir lange warten. Na prima, den kriegen wir garantiert nicht mehr runter. Wow, für ein Äffchen aus der Stadt kannst du aber ziemlich gut auf Bäume klettern. Der hat ja nicht mal einen Kratzer. Danke, Koko. Zur Belohnung darfst du ihn fliegen lassen. Das willst du doch richtig. Es war der ideale Tag, um auf dem Balkon zu sitzen, Vögel zu zeichnen, Weintrauben zu essen und Saft zu trinken. Koko hatte schon viele Vögel gesehen, aber noch keinen, der einen Ring um den Fuß trug. Auch der Vogel hatte schon viele Tiere gesehen, aber noch keins, das malen konnte. Eins stand fest. Er würde erst weiterfliegen, wenn er wusste, wer da vor ihm saß. Hey, Koko, du kippst gleich um. Aha. Das Leben eines Künstlers ist voller harter Schläge. Genial, das ist bisher dein bester Vogel. Dieser Ring, das bedeutet, dass es eine Brieftaube ist. Wohin sie auch fliegt, sie kommt immer zurück nach Hause. Augenblick mal, Koko. Sie ist zwar wieder da, aber hier ist nicht ihr Zuhause. Brieftauben haben ihr eigenes Dach überm Kopf. Ah, da kommt ja unsere Pizza. Hände waschen. Habe ich die Balkontür aufgelassen? Wir wollen doch nicht, dass die Taube hier reinkommt. Oh. Oh. Hast du dir die Hände gewaschen? Äh. Ha, 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 ha. Sch. Aber bitte ordentlich. Nicht, dass das Essen wieder voller Farbe wird wie gestern. Ho, ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Oh. Oh. Du willst allein sein. Jetzt fehlt nur noch das Pizzamesser zu unserem Glück Oh nein, das schöne Täubchen hat es doch geschafft Okay, du machst die Tür auf und ich fange es Koko siehst doch bitte ein, unsere Wohnung ist für eine Brieftaube völlig ungeeignet Wenn das stimmte, musste er etwas tun, um die Wohnung so zu machen, dass sie geeignet ist Das heißt, er musste sich schlau machen Oh, ha, ha, ha Oh, ha, ha, ha Oh, ha, ha, ha Brr, brr, brr Ha, ha, ha Ha, ha Die Taube traf ihre Wahl Koko ist immer ein braver kleiner Affe, wenn er schläft Aber kein Affe will den ganzen Samstag verschlafen Und schon gar nicht einen Samstag, an dem man Lust auf etwas Besonderes hat Weißt du, was den heutigen Tag perfekt machen würde? Donuts Hey, warte, ich stehe hier noch im Schlafanzug, so kann ich doch nicht auf die Straße gehen Ja, ich beeil mich ja schon, Koko Du weißt nicht, was wirkliche Ungeduld ist, bevor du nicht ein Affe warst, der auf Donuts wartet Wie wär's mit Eiern und danach Donuts? Hey, zähl mal die Eier und schreib auf, wie viele wir haben Hast du's rausbekommen? Wie viele Eier haben wir denn nun? Hm, ich sehe kein einziges Warum hast du nicht Null aufgeschrieben? Ach so, das weißt du noch nicht Und ich dachte, ich hätte es dir schon längst beigebracht Wie konnte ich so was Wichtiges nur vergessen? Hey, warte, mein Freund, das holen wir jetzt nach Komm Sieh mal Eine Null allein bedeutet keine Eier Kein einziges Aber eine Null zusammen mit anderen Zahlen bedeutet viel mehr Eine Null hinter der Eins, das ist eine Zehn Noch eine Null mehr, dann hast du schon ein Hundert Das heißt tausend Zehntausend, na wunderbar, das klappt ja besser als ich dachte Warte Guten Morgen Ich hol nur schnell die Eier und du besorgst die Donuts, okay? Und zwar bringst du bitte ein Dutzend, nicht mehr und nicht weniger Wir treffen uns zu Hause, sei brav und mach keine Dummheiten Mit einem Donutauftrag kann man nicht stehen bleiben und spielen Aber Hunde begreifen das nicht Koko war richtig hungrig, aber auf seinem Zettel stand nur eine traurige Eins Da erinnerte er sich daran, was der Mann mit dem gelben Hut über Nullen erklärt hatte Koko Jockey Schön euch zu sehen Das ist sicher eine Bestellung für deinen Freund den Mann mit dem gelben Hut Einhundert Dutzend? Unser größter Auftrag aller Zeiten Einhundert mal zwölf Donuts, sie machen wohl eine Party Koko wurde klar, was er mit seinen Nullen angerichtet hatte Aber wie konnte er das einem Hund erklären? Okay, das hätten wir, aber wo ist der Zettel geblieben? Das darf doch nicht wahr sein, ich muss mich verlesen haben Es sind 1.000 Dutzend! Heute ist wahrlich der größte Tag in der gesamten Geschichte der Donuts Wir werden noch Donuts einfliegen lassen müssen Bis zum Schluss! In diesem Jahr Vielen Dank.